Also, dieser Atem oder das, was den Atem leitet, im Yoga nennen wir das Kurmanadi. Weißt du, was ein Kurma ist? Nicht Kuruma, Kur. Nein, ich habe einige Zungen gesehen. Kurma bedeutet Schildkröte, ein amphibisches Lebewesen. Es ist im Wasser, es kann sich auch hinauswagen. Du bist also ein, du kannst ein amphibisches Wesen werden, wenn du diese Kurmanadi beherrschst. Das heißt, du bist im Körper, aber du kannst ein wenig außerhalb der physischen Natur sein, weil das dein Wunsch ist. Dein Wunsch ist nicht, das Physische für immer zu verlassen. Du willst im Physischen Verwurzel sein, aber du willst einen Vorgeschmack auf das haben, was jenseits ist. Das ist der menschliche Wunsch, immer. Bei dem Versuch, schau alles, was du tust, bitte sieh dir das an, ob du hinausgehst, um die Welt zu erobern, ob du heiratest, Kinder zeugst, ob du dies tust, ob du trinkst, ob du in den Tempel gehst, Drogen nimmst, was zur Hölle du auch tun willst. Im Grunde ist alles, wonach du suchst. Du willst eine größere Erfahrung des Lebens. Ist es nicht so? Ja oder nein? Die einzige Möglichkeit, deine Lebenserfahrung zu vergrößern, besteht darin, deine Wahrnehmung zu weiten. Wenn deine Augen etwas sehen können, was sie im Moment noch nicht sehen, wird deine Erfahrung erweitert. Wenn deine Ohren etwas hören können, was sie im Moment noch nicht hören, wird deine Erfahrung erweitert. Wenn auf diese Weise deine Wahrnehmung erweitert wird, nur dann erweitert sich auch deine Erfahrung. Ansonsten wirst du dir nur Dinge einbilden innerhalb der begrenzten Daten, die du bereits gesammelt hast. Ja? Die einzige Möglichkeit zur Verbesserung ist, sich zu weiten oder herauszugehen. Also Kurmanadi, dieser Atem wird als Kurmanadi bezeichnet, weil du, wenn du ihn richtig benutzt, wie ein amphibisches Wesen werden kannst, sodass du im Körper sein kannst, aber du kannst dich auch hinauswagen. Dies ist wie ein Seil. Nehmen wir an, wir entziehen dir jetzt den Atem. Wenn ich deinen Atem wegnehme, was wird passieren? Du und dein Körper werden auseinanderfallen. Gerade jetzt in deiner Erfahrung bist du der Körper, der hier sitzt. Aber dieser Reis und Chintatokko und Gomukura, alles ist hier angesammelt und sitzt hier. Ja oder nein? Ja. Das ist die Nahrung, die du gegessen hast. Ist dies eine Anhäufung? Begreifst du, dass dies eine Anhäufung ist? Was du anhäufst, kann dir gehören, kann aber niemals du sein. Nicht wahr? Ja? Ich kann sagen, das ist meins, das ist meins, das ist meins. Aber wenn ich sage, das bin ich, das bin ich, das bin ich, dann bist du verloren, nicht wahr? Was immer du anhäufst, kann dir gehören, kann aber niemals du sein. Also in dem Moment, wenn ich dir den Atem entziehe, dann wirst du und das, was du angesammelt hast, auseinanderfallen. Du und dein Körper werden auseinanderfallen. Oder in anderen Worten, es ist der Atem oder Kurmanadi, was dich und deinen Körper miteinander verbindet. Wenn wir Kurmanadi sagen, sprechen wir nicht nur über den Durchfluss von Luft. Im Moment bist du unfähig, den Atem zu erfahren. In dem Sinne, schau, eben wenn du ihn beobachtest, denkst du, du beobachtest den Atem. Nein, du nimmst nur die Empfindungen wahr, die durch den Durchfluss des Atems verursacht werden. Du bist nicht in der Lage, den Atem an sich zu kennen. Der Atem also, oder das, was diesen Ablauf auslöst, was diesen Ablauf lenkt, das bezeichnen wir als Kurmanadi. Wenn du das einigermaßen beherrschst, wirst du zu einem amphibischen Wesen. Das heißt, du bist im Physischen verwurzelt, aber du kannst dich hinauswagen. Wenn dieses Maß an Freiheit im menschlichen Leben aufkommt, weißt du plötzlich, dass es eine weitere Möglichkeit gibt, dass es etwas jenseits der physischen Natur gibt. Was auch immer du innerhalb dieses physischen Kokons durchmachst, ist nicht alles. Du kennst eine völlig andere Dimension des Lebens. Wenn du diese eine Sache kennst, wenn du einen Moment der Erfahrung jenseits deiner Körperlichkeit hast, ist der Tod kein Thema mehr. Ist es nicht so? Wenn du das Leben jenseits deines physischen Körpers jetzt schon kennst, ist der Tod kein Thema. Der Tod ist ein großes Thema, weil du nichts jenseits des Körpers kennst. Wenn sie drohen, ihn wegzunehmen, gibt es Terror in den Menschen, einfach weil alles, was man kennt, verschwindet. Wenn du etwas jenseits des Körpers kennen würdest, wäre das plötzlich kein so großes Problem mehr. Und es ist kein Problem. Es ist eine Lösung für all unsere Probleme, dass wir sterblich sind. Wenn du hier wärst, sagen wir, die nächsten Millionen Jahre wirst du nicht fortgehen. Das ist ein Problem, nicht wahr? Wir müssen unsere Zeitspanne leben und wir müssen gehen. Und das ist gut so. Das ist ein Problem, nicht wahr? 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 Untertitelung des ZDF, 2020